Hallöchen zu einer neuen Runde Subsistence. Es ist schönstes Wetter. So wie eigentlich, wo genau noch, das ist ein Kaltbrot an. Hat der jetzt so Schnee eingebaut oder was? Das ist schwierig. Ja, schönstes Wetter. Und wir brauchen einfach Teile. Da ist ein Wolf. Da muss man jetzt noch vor nicht in Graben. Das muss ich wegnehmen, oder? Die Menschen brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen hier. Nun brauche ich nicht. Ich kiste aber nicht. Wir machen es nicht so. Ja, das ist schon wieder kalt. Wie ist es mit Kalt? Wie ist es mit Kalt? Wie ist es mit Kalt? Warte, dich mal. Hä? Also Regen hatte ich ja schon von mir, dass es dann gleich so kalt wird. Ist das wieder was Neues? Naja, egal. Dann friere ich halt. Dann ist da ein bisschen der. Ich will die jetzt auch nicht mehr drin. Das ist jetzt hier gar nichts. Das ist nicht unbedingt eine tolle Runde, die hier läuft. Okay, jetzt echt nicht. Mal sauber. Gucken wir mal dahinten nach. Hier ist nichts. Absolut nichts. Das ist ja doof. Gibt es hier von dem Regen keine Kisten mehr, oder? Da hat der Regen weggespült. Gut, dann muss ich wenigstens ein Hühner oder sowas mitnehmen. Das ist ja nicht ganz umsonst. Okay. Komm mal hin. Da haben wir keine Runde. Das ist jetzt gerade nicht der Bruder, da tue ich ja gar nichts. Da hast du schon wieder irgendwo eine Hund. Da ist jemand eine Häuser, da macht der Wolf aber nicht. Wo kann ich denn auch ziehen? Ah, da hat es natürlich zwei Kissen, ok. Streichmittel, das ist sehr schön. Die kann man gebrauchen. Molition, immer gern gesät. Also, stopp. Schön. Ja, ich habe aber noch keinen Stall. Das ist ja das Blöde. Weil da brauche ich erst einen Puma. Für den Puma hätte ich aber gerne einen Revolver. Den Revolver kriege ich nur, wenn ich Waffenteil habe. So, hier war da vorne ein Wolf. Ist der auch da oder kann ich das Herz da abbauen? Da hinten ist er, das dürfte weit genug weg da hin. Was haben wir da noch? Einen Satz, oder? So, da haben wir noch einen Kupfer. So, da haben wir noch einen Kupfer damit. Das ist schlechter da oben dann. Mal gucken, ob wir hier noch brauchen wird. Das ist echt eine ganz komische Runde. Okay, wenn es nichts weiter gibt. Da hinten ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Die Kiste nehmen wir mit. Und dann... Da sind schon noch zwei Kisten. Drei Kisten. Ah! Die müssen auf alle Fälle alle mit loben. Eigentlich wollte ich gerade sagen, okay, machen wir Schluss. Aber das läuft jetzt zu gut. Blau Bär. Jawoll. Blau Bär. Da müssen wir los. Und die erstmal die Bär. Gut. Dann jetzt aber zurück. Äh! Das ist ein Bär. Blau Forest, Lauf. Wo kommt denn der Bett her? Aber okay, da waren wir weit genug weg. Glück gehabt. So, Aschmolle. Wir machen uns was zu essen. Ist jetzt doch alles fertig. Okay, dann würde ich sagen, das war es mit der Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.